Und auf Bahn 4 von den Wasserfreunden Spandau, Felix Aubeck. Und das Feld ist gestartet, das Nächster bei diesem Start auf Bahn 2, Luca Kahl. Felix Aubeck hält ja den österreichischen Rekord seit 2017 in dieser Disziplin. Aufgestellt in Budapest mit 3,44,19. Hier die erste Zeit bei der Wende, 26,43. Felix Aubeck auf der 4, gefolgt von Brandl und Esperberger. . Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Aufwirk führt vor David Brandl und S-Bahn Berger Jetzt geht es zu bestätigen, dass es hier um ein Limit geht Aufwirk führt mit 2,21,51 Vor David Brandl und S-Bahn Berger und S-Bahn Berger Und zweiter, S-Bahn Berger, dritter Letzte Wende, 3,18,10 Olympi Klinik wäre 3,46,78 Das gibt es zu schlagen Und Felix Ausch steckt an mit 3,45,60 Und das ist jetzt schon ein Limit So, wir gratulieren Felix Auburg zum Olympic Limit zur Qualifikation. 3.45 Uhr, die Zeit von Auburg.